Natürlich seid ihr alle mit einem Ziel hier hingekommen. Jede von euch wollte das nächste Ernsting's Family Gesicht sein und die glückliche Gewinnerin ist... Herzlich Willkommen beim Finale unseres diesjährigen Model Contests. Ihr seid die glücklichen 10, die es bis in die letzte Runde geschafft haben. Und wir haben jetzt hier ein schönes Wochenende auf der Insel Mallorca mit Coachings, mit verschiedenen Shootings, um dann am Sonntag sagen zu können, wer ist das Ernsting's Family Gesicht 2019? Wir feiern zwei Jubiläen. Zum einen wird unser Model Contest 10, also zum zehnten Mal suchen wir das Ernsting's Family Gesicht, und zum zweiten wird Ernsting's Family 50 Jahre alt. Wir haben viele tolle Mädels dabei und die haben eine ganz tolle Ausstrahlung. Und sie wollen alle den Hauptpreis haben, ein Shooting in Kapstadt und Miami. Darf ich mir am liebsten auch mitnehmen? Ja, verdammt. Wir sind heute ins Hinterland gefahren und sind auf einem Weingut. Und die Mädels dürfen hier shooten. Und es sieht super schön aus. Wir haben ganz viele verschiedene Locations hier. Das wären richtig tolle Bilder. Wir werden die Qual der Wahl haben. Die sind super, für mich eine absolute Favoritin. Ein tolles Lächeln passt super zu Ernsting's Family. Superschön. Finde ich auch. Absolut. Oh, es wird schwer. Warum sind wir in der Jury? Jede von euch wollte das nächste Ernsting's Family Gesicht sein. Wir haben geschaut, wer passt gut zu Ernsting's Family? Wer bringt das rüber, was wir als Marke verkörpern? Wer spielt gut mit der Kamera? All das waren Gründe für uns, wo wir überlegt haben, wer kann es sein. Es war nicht einfach. Und die glückliche Gewinnerin ist ... Woaa ... Christine. Meine Gefühlsleiche im Moment ist super happy. Ist natürlich awesome. Es waren zwei Megatage hier auf Mallorca. Ich freue mich riesig auf die zwei Fotoshoots in Miami und in Kapstadt. Auch wieder ein neues Abenteuer für mich und ich bin schon sehr gespannt. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020